Okay, so we start with some general Chine, which means sitting quietly. Wir beginnen also jetzt mit einer allgemeinen, oder einer Chine-Praxis vom allgemeinen Typ, was im Wesentlichen bedeutet, einfach still zu sitzen. Und für das wir entwickeln einen Fokus, dass du entweder auf der Bewegung des Brats in und aus auf den Nostrilen konzentrieren kannst. Und wir brauchen dabei einen Fokus und der kann auf, oder sozusagen einen Brennpunkt unserer Aufmerksamkeit, der kann in der Beobachtung unseres ein- und ausgehenden Atems liegen. Oder wir wählen einfach einen markanten Punkt auf dem Boden, nicht allzu weit vor uns. Vielleicht eine Hand weit, ein Arm weit, eine Armwelle vor uns. Und der entscheidende Punkt dabei ist, dass wir, wenn wir einen Punkt gewählt haben, wirklich einen klaren Entschluss darüber haben, dass es genau der Punkt ist, auf den wir uns konzentrieren werden. Und wenn wir dann die Übung beginnen und unseren Fokus ausgerichtet haben, unsere Aufmerksamkeit auf diesen Brennpunkt ausgerichtet haben, dann werden wir feststellen, dass gelegentlich unser Geist davon wandert. Und wenn wir das feststellen, dann bringen wir unseren Geist auf eine sanfte Weise zu dem Brennpunkt zurück. Okay, so wir starten mit dem. Die Hauptfunktion dieser Praxis ist, uns eine Erfahrung zu vermitteln, auf welche Weise unser Geist sich zur Ablenkung hin, oder zur Zerstreuung hin bewegt. Und gleichzeitig auch, um die Gewohnheit zu entwickeln, sehr schnell und auf eine sehr leichtfüßige Weise zu dem Fokus zurückzukehren, ohne diesen ganzen Wust von Fragen, von warum und wieso und was eigentlich passiert ist, mitzunehmen. Die Ablenkung kann man sehr, sehr leicht erreichen, unter Tatsache, James A. Habe sogar einen in seiner eigenen Tasche gefunden. Und jetzt werden wir eine etwas andere Praxis machen, wir beginnen in der gleichen Weise, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf ein äußeres Objekt, wie zum Beispiel auf den Atem zu fokussieren und machen das etwa zehn Minuten lang. Und dann werde ich anfangen, etwas Musik zu spielen. Und dann wird diese Musik zu unserem Fokus der Aufmerksamkeit. Musik ist auf eine besondere Weise nützlich. Gemäß der tibetischen Tradition ist der Klang sozusagen der subtilste aller unserer Sinne und das ist auch der letzte, der sich in Leerheit auflöst. Und das ist auch der Grund dafür, warum im Sterbevorgang man den Leuten auch verschiedene spirituelle Texte vorliest, einfach mit der Idee, dass der Klang von diesem, von dem Bewusstsein selbst dann noch aufgenommen werden kann, wenn die Fähigkeit der Körperfunktion, der Körperbewegung bereits aufgehört hat. A sound is ungraspable. Klang ist nicht greifbar. It's so closely related to time. Es klang ist sehr eng mit Zeit verbunden oder bezogen auf Zeit. We have both time within music, the rhythm, the beat and so on. Wir haben zweierlei Zeit. Wir haben die Zeit in der Musik, also das, was mit dem Rhythmus oder dem Puls, dem Schlag verbunden ist. But we also have the movement of music as a progression in time. Aber wir haben auch die Bewegung von Musik selbst, das eine Art Voranschreiten in Zeit. Und diese Bewegung ist von bestimmten Noten aufgebaut. Und wenn man dann seine Seite anzupft und erlaubt, ihr zu vibrieren, dann strahlt diese Vibration eine gewisse Note, aus der Qualität sich verändern wird, wenn man ihr erlaubt, sozusagen in der Zeit sich fortzupflanzen. Der zentrale Punkt für uns ist aber, wir sitzen still. Mit der klaren Absicht, mit der klaren Intention, dass, wenn wir anfangen die Musik zu hören, diese der einzige Brennpunkt unserer Aufmerksamkeit ist. Und wir bleiben gegenwärtig damit, während es erscheint. Sehr oft versuchen Menschen, wenn sie Musik anhören, irgendwie Sinn daraus zu machen. Man kann versuchen, Themen zu identifizieren oder gewisse wiederholte Phrasen und so weiter. Und in that way, our consciousness continues to have its usual occupation of both making sense of what's going on and in particular reassuring itself that it has a vital role to play. Und auf diese Weise hat unser Bewusstsein zwei Aufgaben oder Funktionen. Einerseits, indem es versucht, aus dem, was es wird, eine Sinnfindung oder Sinngebung zu machen, andererseits durch die Sinngebung sich selbst auch wiederum rückzuversichern, dass es als Bewusstsein eine wichtige, vitale Rolle zu spielen hat. Aber wir brauchen also nicht herauszufinden, was ich spielen werde. Es ist bloß Klang. Wir bleiben sofort auf dem Moment der Erlösung dieses Klang. Dies, dies, dies. Und wir verweilen einfach unmittelbar in unmittelbarer Präsenz dessen, was da gerade erscheint. Und das ist immer nur dieser Klang und dann dieser und dieser. Das machen wir dann 10, 15 Minuten lang. Und wenn die Musik dann zu Ende gegangen ist, bleiben wir vollkommen entspannt und offen. Die Musik hat ja bereits aufgehört und was immer dann kommt, kommt. Und da jetzt unser Geist auf diese Musik fokussiert war, die sich ja jetzt zur Stille hinbewegt hat, hat unsere Aufmerksamkeit keine Stütze mehr auf, wie es sich fokussieren konnte. Und es ist genau dieser Punkt, an dem wir uns sozusagen in diesen Zustand hinein entspannen wollen, in dem es da nichts gibt, worauf man ruhen könnte, wo man sich sozusagen stützen könnte. Nichts, worauf man sich positionieren oder in eine Position beziehen könnte, sondern in dieser Offenheit und Entspanntheit verweilend. Also sind diese drei Stufen nochmals erst stillsitzen mit einem einfachen Fokus. Dann vollständig fokussiert auf die Musik, wie sie sich bewegt. Und schließlich entspannt und offen. Großartig fokussiert auf die Musik, wie sie sich für Sie doinste. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020